So, ich bin bereits am Jakobsweg in St. Antoine in Tirol. Das ist der Auto vom Jakobsweg in Tirol. Und da kann man schauen. So, der Hirscheteil beim Jakobsweg zur Putzenalpe, hätte ich einmal hinten. Es sind hier circa noch eine halbe Stunde. So. Ich habe es recht angeschleppt. Ich habe die Spurkarte. Ich habe die Spurkarte. Ich habe die Spurkarte. Ich muss das Schreck in der Merzicht. Ich habe die Spurkarte. So. Ich denke hier ist die Boots. Die Spurkarte. Ich habe zwei Mischlösen. Jetzt sind wir noch ein bisschen weiter vor, aber jetzt sind wir noch ein Blick. Und jetzt sind wir noch ein Blick. Blau. Hier geht es weiter zur nächsten Reibe. Und Vater ist die genau. Hier geht es weiter zur nächsten Reibe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020